Hallo bei Rennart News, vor mir steht das neue Specialized Turbo Cryo SL zweite Generation. 2019, erinnert ihr euch vielleicht noch, hat Julian Alaphilippe bei der Tour de France am Ruhetag das Turbo Cryo SL als Trainingseinheit genutzt, so ein bisschen zur Regeneration. Das ist jetzt hier die zweite Generation und die hat einige Neuheiten. Hat sich viel verändert. Es gibt erstens einen neuen Motor, Specialized SL 1.2 Motor, der mehr leistet. 50 Newtonmeter Drehmoment hat er jetzt. Außerdem mehr Watt auch, 320 Watt. Nach wie vor ist der Akku hier im Unterrohr untergebracht. Ja, der neue Motor ist außerdem leiser geworden. Noch eine Neuerung gibt es am Bike und die geht einher mit dem Q-Faktor. Das ist der Abstand zwischen den Aufnahmen für die Pedalen, der für Rennradfahrer sehr wichtig ist. Der Q-Faktor wurde verringert, das war eine Kritik, die wir im alten Turbo Cryo SL hatten, dass der ein bisschen zu groß ist, dass man den Unterschied merkt zu einem echten Rennrad. Der wurde verringert, sodass sich das Rad jetzt so anfühlt wie ein echtes Rennrad. Auch wenn man aufsteigt, sofort einklickt, fühlt sich das an wie ein echtes Rennrad. Da merkt man nicht, dass die Beine ein bisschen weiter auseinander gehen. Und das ist ein Befund von unseren Testfahrten. Ich konnte das Rad hier in Kaskais in Portugal über 55 Kilometer Test fahren, einen ersten Eindruck gewinnen. Dazu gleich später mehr. Außerdem ist der Rahmen komplett neu entwickelt. Specialized hat keine Faser auf der anderen gelassen, sagen sie. Der neue Rahmen, so wie er hier steht, wiegt 1280 Gramm. Das sind 120 Gramm weniger als der Vorgängerrahmen. Hört sich nicht nach viel an, ist aber in heutigen Zeiten schon ein ganz schöner Sprung. Und ja, ob das bei einem gesamten E-Bike ins Gewicht fällt, könnt ihr selber beurteilen. So wie das Rad hier steht in der S-Works Variante, wiegt es jetzt 13 Kilo. So, nochmal zum Rahmen, denn der ist auch vielseitiger geworden, weil man zum Beispiel Schutzblecher anbringen kann. Dafür gibt es Ösen. Außerdem kann man auch Gepäckträger vorne und hinten anbringen. Ihr könnt jetzt vorne eine Tasche anbringen auf dem Oberrohr. Das ist aber noch nicht alles. Der größte Sprung ist eigentlich die gewachsene Reifenfreiheit. Das Rad kann jetzt in der neuen Version Reifen bis zu 54 Millimeter in 700 C aufnehmen. Das ist also eigentlich schon fast Mountainbike-Größe oder es ist Mountainbike-Größe, XC Mountainbike-Größe. Und mit Schutzblechen sogar 47 Millimeter breite Reifen. Ja, und weil das Rad dadurch Offroad-tauglicher geworden ist, hat Specialized natürlich auch ein bisschen was an der Geometrie getunt. Specialized nennt es selber eine progressivere Geometrie. Der Lenkwinkel wurde flacher, die Vorbeziehung der Gabel wurde geändert, aber die Stack- und Reach-Werte sind ähnlich wie beim Vorgängermodell. Wir haben übrigens ein Geometrie-Vergleichstool auf Rennrad News, wo ihr Geometrien zwischen alten und neuen Modellen vergleichen könnt, aber auch zum Beispiel Geometrien zwischen verschiedenen E-Gravel-Bikes vergleichen könnt. Also, das ist ein bisschen mehr Richtung Mountainbike gegangen und der Effekt soll natürlich sein, dass es ruhiger auf dem Trail oder auf dem Gravelweg liegt. Damit zu der dritten Neuerung an dem Rad. Das ist das Future Shock-System. Und das Future Shock-System kennt ihr vielleicht vom Specialized Roubaix. Es wird eingesetzt bei Kopfsteinpflasterstrecken für die Profis, für die Radprofis. Die fahren damit 50 Kilometer Kopfsteinpflaster mit 55 kmh. Dafür wurde das System einmal entwickelt, aber es war auch schon beim alten Turbo Creo SL im Einsatz. Und das neue Turbo Creo SL bekommt jetzt das neue Future Shock-System 3.3 in dieser Variante, das auch am Specialized Roubaix im Einsatz ist. Beide Future Shock-Systeme wurden zusammen vorgestellt. Den Test vom Specialized Roubaix findet ihr auf Rennrad News, wo wir auch das Future Shock-System ausführlich besprechen. Was ich hier an dieser Stelle sagen kann, es hat noch den gleichen Federweg, 20 mm, aber eine vollkommen neue Dämpfer-Einheit. Man kann den Dämpfer besser tunen, man kann auch Chimps einsetzen und es soll auch langlebiger geworden sein, wobei es eigentlich auch schon beim alten System keine wirklichen Beschwerden gab. Jetzt vielleicht noch ein paar andere Neuerungen, die für euch interessant sein könnten. Also wie gehabt, gibt es einen Range Extender, sodass man den 320 Wattstunden Akku um 160 Wattstunden erweitern kann. Specialized sagt, dass der Motor effizienter geworden ist. Man hat Testfahrten unternommen. Man verspricht 190 km Reichweite im Eco-Modus. Das hört sich nach sehr viel an. Ich habe mit dem Entwickler gesprochen. Er sagt, sie haben das Rad in der Schweiz, wo das Entwicklungszentrum von Specialized ist, auch schon getestet. Und dort haben sie eine Testfahrt gemacht, auch im Eco-Modus, und sind damit zwei Pässe gefahren. Da gibt es ja Pässe satt und haben dabei 3000 Höhenmeter gemacht und 110 km gefahren. Real-World-Testing sozusagen. Und ja, das hat er mir erzählt. Könnt ihr euch selber überlegen, ob ihr das glauben wollt oder nicht. Ich finde es wahrscheinlich, denn ich will jetzt auch nochmal den Testfahrten vorgreifen. Wir sind hier in Portugal eine sehr hügelige, sehr raue Runde gefahren mit vielen Downhills, vielen Uphills, bis zu 28 Prozent steile Berge ging es darauf. Und ich hatte den Range Extender dran. Dann hat man, wenn man losfährt, eine Anzeige auf dem Display im Oberrohr. Da steht dann drauf 150 Prozent, weil man den Range Extender ja schon angeschlossen hat. Und nachher, als wir zurück waren, hatte ich noch 44 Prozent übrig. Und ich bin die ganze Zeit nicht im Eco-Modus gefahren, sondern im Sport-Modus. Ja, wenn ich schon vom Modus spreche, welche Modi hat das Rad überhaupt? Es hat insgesamt drei Modi, wie das so bei E-Bikes eigentlich auch üblich ist. Dann gibt es den Eco-Modus, den Sport-Modus und den Turbo-Modus. Natürlich Turbo-Modus bei Specialized. Und die haben verschiedene Unterstützungslevel. Und man kann die über die ebenfalls neue Specialized-App direkt einstellen. Das heißt, ihr könnt euch wirklich ganz einfach am Display über Verschieben von so Punkten auf dem Display einfach überlegen, wie möchte ich meinen Motor tunen. Und könnt diese drei Modi ganz einfach auf so einer Achse tunen. Ab Werk ist das Setting. 30 Prozent Unterstützung im Eco-Modus, 60 Prozent im Sport-Modus und 100 Prozent im Turbo-Modus. Was noch eine Besonderheit ist, ihr könnt auch noch einstellen, bei welcher Kraft, die ihr selber reingebt, das überhaupt erreicht werden soll, diese 100 Prozent Unterstützung. Oder zum Beispiel diese 60 Prozent Unterstützung. Das kann von leicht bis ganz schwer gehen. Das heißt, ihr könnt festlegen, ich muss voll reintreten, um diese 60 Prozent Unterstützung zu haben. Oder es reicht schon, wenn ich nur mit Halberkraft reintrete, um diese 60 Prozent Unterstützung zu haben. Und das ist ein Feature, was das Specialized SL1.2 System von vielen anderen Systemen hier auf dem Markt unterscheidet. Und wir haben auch gerade dazu einen Test gemacht, den wir euch unten in der Beschreibung verlinken. Und jetzt komme ich zu meinem Testeindruck. Ich will es kurz machen. Ich bin ja auch nur kurz gefahren, jetzt noch keine ewig lange Runde. Zur Reichweite habe ich schon was gesagt. Also gehe ich gleich auf die Fahreigenschaften. Und ich bin auch schon das Vorgängermodell, als es erschienen ist, gefahren. Und ich bin es auch letztens im Test nochmal gefahren. Und man merkt auf den ersten Metern einen großen Unterschied zum Vorgängermodell. Erstens ist es laufruhiger. Also es läuft einfach schön weiter geradeaus. Wenn man zum Beispiel die Hände vom Lenker nimmt, ist es nicht so ein wendiges Gerät. Das Vorgängermodell war wirklich viel Rennradlastiger. Und das merkte man eigentlich schon auf den ersten 100 Metern, diesen Unterschied. Also das ist deutlich laufruhiger hier geworden, das neue Modell. Und zweitens merkt man auch sofort den Unterschied durch die dicken Reifen. Hier 47 mm Specialized Tracer Reifen dran an diesem Rad. Merkt man sofort den Unterschied durch die dicken Reifen. Ich bin die gefahren mit hinten 1,5, vorne 1,3 bar. Also niedriger, als vielleicht manche von euch denken würden. Aber das war überhaupt kein Problem. Die wirkten an keiner Stelle schwammig. Das schon mal vorab. Ja, so bin ich die gefahren. Das waren die beiden ersten Eindrücke. Und dann, das merkt man eigentlich schon hier in dem Gelände bei den ersten 200 Metern, wenn man eigentlich vom Testgelände runterfährt. Und dann ging es auf die Straße. Und da hat man ruckzuck die Unterstützungsgrenze verlassen. Und das merkt man eigentlich auch nicht. Also man fährt einfach aus der Unterstützungsgrenze raus. In der Gruppe fährt man ja schnell mal 32 kmh. Unterstützungsgrenze natürlich 25 kmh ist ja ein Pedelec. Also man fährt einfach drüber raus über die Unterstützungsgrenze. Ist natürlich nervig, weil man merkt es immer bei einem Pedelec, dass man die jetzt überschritten hat, weil man muss einfach härter treten. Aber es ist nicht so, dass man wirklich merkt, wann der Motor aufhört, weil es einem irgendwie die Beine sofort schwer werden, sondern es ist ein flüssiger Übergang. Und wenn man in der Gruppe im Windschatten fährt, merkt man es eigentlich kaum. Specialized sagt, sie bieten jetzt keine zwei verschiedenen Modelle mehr für Straße und Gravel an, sondern sie sagen, man soll einfach mit den breiten Reifen auch auf der Straße fahren. Vom Fahrverhalten finde ich das logisch. Da merkt man auch im Antritt, der Rahmen ist ultra steif, da merkt man auch im Antritt kaum Unterschiede zwischen den breiten Reifen und den schmaleren Reifen. Aber vom Geräusch her würde ich sagen, würde ich dann doch lieber nicht die breiten Reifen nehmen, auch nicht diese wirklich mit offenen Stollen ausgestatteten Tracer-Reifen, sondern vielleicht ein bisschen ruhigeren Reifen in einer breiteren Version, wie zum Beispiel in den Specialized Pathfinder. Aber zu den Reifen gleich nochmal was kurz. Ja, es ging also dann ab auf die Trails. Und auf den Trails kann man sofort spüren, wie sich erstens dieses Future-Shock-System auswirkt, zweitens die breiten Reifen und natürlich auch die veränderte Geometrie. Das Rad macht einfach richtig Spaß. Also erstens im Abhill macht es Spaß, weil man so richtig natürlich am Gas hängen kann. Der Motor schiebt ordentlich, also er ist natürlich stärker geworden, das merkt man, dass er stärker geworden ist. Aber es macht auch einfach vom Fahrverhalten mehr Spaß als das Vorgängermodell. Also es lässt sich flüssig den Berg hochfahren, nicht zu ruhig, aber auch trotzdem noch agil. Der Motor schiebt ordentlich nach. Ich bin den vor allen Dingen meistens im Sportmodus gefahren. Ich habe eigentlich gar keine Notwendigkeit gesehen, in den Boost-Modus zu schalten, beziehungsweise Turbo-Modus. Heißt er ja bei Specialized. Ja und was einfach den Specialized SL 1.2 Motor auszeichnet, was auch den Vorgängermotor schon ausgezeichnet hat, ist einfach, dass er das Fahren mit hohen Trittfrequenzen belohnt. Ich bin die meiste Zeit, also ich bin so ein Typ, der fährt sich die meiste Zeit so zwischen 80 und 90, beziehungsweise manchmal auch 100 Umdrehungen in der Minute. So wie man es eigentlich auch vom Rennradfahren kennt, wenn man flüssig unterwegs sein will und effizient unterwegs sein will. Und das belohnt der Specialized SL 1.2 Motor hervorragend. Also man merkt richtig, wenn man jetzt einen steilen Berg hochfährt und man schaltet nochmal in einen leichteren Gang und bleibt aber mit Druck in den Pedalen, dann kriegt man nochmal so einen leichten Boost und man merkt einfach, dass der Motor das richtig belohnt. Und man wird eigentlich ständig aufgefordert, im optimalen Frequenzbereich zu fahren. Und das ist auch das, was Jan Talhafer mir gesagt hat, dass der Motor eben auch wirklich dafür ausgelegt ist, im effizienten, auch für den motoreffizienten Bereich zu fahren und so die Reichweite zu erhöhen. Abgesehen davon macht es natürlich auch einfach Spaß, wenn man wirklich richtig sportlich mit dem Gerät fahren kann und wirklich so mit Pedalgas fahren kann, anstatt so ein bisschen zu warten, bis die Unterstützung einsetzt. Sondern der hängt wirklich dann, wenn man mit hohen Frequenzen fährt, dann merkt der auch immer direkt, wenn man die Kraft ändert, dann sind die Wechsel immer schneller. Dann kann man auch richtig mal das Hinterrad um so eine Kurve rumdrücken, indem man einfach weiter durchpedaliert. Ist so ein bisschen wie Cyclocross fahren. Man muss eigentlich die ganze Zeit am Pedalgas hängen und dann belohnt einen der Motor mit wirklich schnellen Reaktionszeiten und ständiger Unterstützung. Und man kann mit dem Rad so ein bisschen sogar driften durch die Kurven. Das macht einfach Spaß. Wie ist es, wenn man mit niedrigen Frequenzen fährt? Dann braucht der Motor ein bisschen länger, bis er das beantwortet, dass man jetzt Kraft reingebt. Also es ist jetzt nicht so ein richtig Motor für Tretfaule. Das würde ich jetzt wirklich nicht sagen. Der Elefant im Raum, das Geräusch. Specialist hat gesagt, der Motor ist leiser geworden. Ja, und der Motor ist leiser geworden. Muss ich ganz klar sagen. Der Motor ist hörbar leiser geworden als das Vorgängermodell. Der Vorgänger war schon mal so ein bisschen aufdringlich, wenn man mit hohen Kadenzen so einen steilen Berg hochgefahren ist. Das ist bei dem Motor jetzt nicht mehr so. Der ist nicht aufdringlich, in keiner Situation aufdringlich. Der ist, wenn man mit niedrigen Kadenzen fährt, wenn man jetzt so im Tourenbereich fährt, einfach, keine Ahnung, in der Stadt pendelt oder eine gemütliche Tour fährt mit Packtaschen, die man ja jetzt neuerdings dran machen kann, dann ist der Motor fast nicht hörbar. Dann ist er wirklich sehr leise. Und wenn man jetzt einen Berg hochfährt und wirklich richtig Power gibt, dann hört man einen Surren, aber es ist überhaupt nicht mehr aufdringlich. Also es ist nie störend und das ist eigentlich das, was man eigentlich erwarten würde von einem Motor. Also manchmal sind die Reifen eigentlich lauter als der Motor, wenn man jetzt zum Beispiel über den Asphalt rollt. Was ist mit dem Komfort? Vorher das Future Shock System. Ich finde, es ist eine Verbesserung gegenüber dem Vorgänger. Ist nicht ganz so schwammig. Ich fand das Vorgängermodell eigentlich auch schon sehr gut, aber manchmal in manchen Situationen irgendwie so ein bisschen wirkt es so einfach nur federnd und hier spürt man deutlich mehr die Dämpfung. Man kann das an- und ausschalten, sogar tunen in mehreren Schritten an diesem S-Works Modell, an den günstigeren Modellen nicht. Ja, man kann das tunen, aber ich habe es nicht gemacht. Ich habe es eigentlich die ganze Zeit offen gelassen und man merkt wirklich, während man fährt, dass das die ganze Zeit arbeitet. Also man hört es auch teilweise, dann hört man, wie der Dämpfer arbeitet und macht so eine und man hört, wie es arbeitet und man fühlt es auch in den Händen. Also es ist wirklich viel weniger anstrengend, mit diesem Rad so eine grobe Schotterpiste zu fahren, wo auch mal Steine rausragen, als mit anderen normalen, ungefederten Gravelbikes. Sowieso an einem E-Gravelbike, finde ich, macht eine Federung Sinn. Der nächste Schritt wäre eigentlich eine Federgabel, das würde noch mehr Fahrsicherheit verleihen. So ist man manchmal, weil der Komfort eben so hoch ist, sogar fast geneigt, sich ein bisschen zu überschätzen und es ein bisschen abwärts zu sehr krachen zu lassen. Und dann wundert man sich manchmal, dass es so ein bisschen hoppelt. Aber insgesamt ein Riesengewinn, das Futureshock-System, obwohl es nur 20mm Federweg hat. Ja, für mich ein klarer Gewinn. Leider kann die Sattelstütze nicht so ganz mithalten. Das ist hier eine Dropper-Post. Die Dropper-Post ist an sich natürlich ein super Gewinn, zumal man die hier einfach mit diesen beiden, durch Betätigen dieser beiden Access-Tasten gleichzeitig einfach absenken kann. Was super schnell geht und was ich auch wirklich viel genutzt habe hier auf den Trails. Absenken, raufholen, weil es auch ein hügeliges Terrain ist, manchmal ein grobes Terrain. Wirklich sehr abwechslungsreich hier. Da habe ich es wirklich häufig genutzt und das ist natürlich ein Riesenplus. Aber richtig komfortabel ist diese Sattelstütze nicht. Und da würde ich mir manchmal wünschen, dass es auch eine komfortable Option gäbe. Aber gut, man kann nicht alles haben. Aber wer jetzt mit dem Rad viel Touren fährt, da würde man vielleicht einfach eine andere Runde 27,2 mm Stütze einbauen, die man hier einfach einsetzen kann. Der Rahmen an sich ist unglaublich steif. Also der ist viel steifer, als ihr euch das von so normalen Gravel-Bikes vorstellen könnt. Ja, der ist einfach richtig steif. Also der gibt an keiner Stelle irgendwann irgendwo nach. Der pflügt einfach überall durch. Deswegen braucht er einen Grund mehr, warum er auch natürlich so ein paar Komfort-Elemente braucht. Und der Sattel übrigens, der Power Mirror Sattel, in der günstigeren Version auch ein super Sattel. Hat mir sehr gut gefallen hier. Die Schaltung Thrun Red Axis, natürlich das Top-Modell, hat ihren Preis. Hinten allerdings eine große Kassette, 10,50 und die habe ich ebenfalls gebraucht. Also wenn man mit hohen Trittfrequenzen fahren will, dann braucht man auch so eine Kassette. Vorne einfach Kettenblatt natürlich, mit einer schönen Kettenführung. Überhaupt ist der Rahmen sehr gut an allen Stellen geschützt, vor Steinschlägen und so weiter. Und ja, da gab es auch ordentliche Steinschläge und auch eigene Eigenschläge. Auch an den Felgen gab es auch manchmal spitze Steine, die dagegen gekommen sind. Aber es gab hier für mich auf dieser kurzen Testrunde überhaupt keine Probleme. Ja, das war es eigentlich. Mein wesentlicher Eindruck von diesem Specialized Turbo Creo SL, zweite Generation in der S-Works Variante. Wenn ihr mehr über das Rad wissen wollt, über die anderen Varianten, die es noch gibt, dann lest den Test auf Rennrad News, möchte ich euch sehr ans Herz legen. Verlinken wir euch hier unten in der Beschreibung. Und wenn ihr einfach nur gerne Videos schaut von Rennrad News, dann abonniert doch unseren Kanal oder lasst uns einen Daumen da, wenn es euch gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Wie findest du E-Bikes?